Tja, ein wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Life is Strange. Ja, genau. Und nochmal an der Stelle, wo wir zuletzt aufgehört haben, die kommt jetzt nochmal. Ja, genau. Oh, da war eine Schlange, das sehe ich ja jetzt erst. Was für Strapazen er auf sich nimmt, ja? So, nur noch bis zum nächsten Schild, ne? Ähm... Boah, ist das heiß, oder? Die Frage ist, was... Ja, ich würde mich... Okay. Rennen können wir nicht. Wie gesagt, was er für Strapazen auf sich nimmt, um seinen Bruder zu finden. Ich mein... Ist ja kein Alter. Vor allem hier direkt durch die Wüste, ja? Es ist ja mehr oder weniger schon Wüste. Im Nirgendwo. Ich mein, irgendwo wird was sein, ne? Hier läuft wenigstens Strom lang. Aber hier fährt ja auch keiner vorbei. Die Frage ist, ob ich hier... Komm, da drüben, Schatten. Sollst du doch nicht. Komm, komm, das schaffen wir. Aber hier ist auch nichts. Vor allem, was ist mit dem Pfleger, ne? Hat der Pfleger gegebenenfalls Bescheid gegeben? Die Info, die wir ihm gesehen haben... Ja! Ja! Das ist so meine Sorge, ne? Nicht, dass der plappert. Total schon Sonnenbrand. Guck mal. Komm, wir zeichnen das erst mal. Ah, das wird klappen. Das wird schon was. Ich glaube, das ist ein okayer Start. Aber ich kann weitergehen. Ich habe eine gute Bildung davon. Ich bin bereit, wir drehen jetzt. Das können wir großen Fluffy-Wolken. Hölle zeichnen und Oase zeichnen. Wir machen die Oase. Ich probiere es gerade, aber... Jetzt. Ah, cool. Okay. Okay, er trinkt automatisch. Das ist gut. Oder auch nicht. Komm, ein bisschen Wasser trinken. Oh, shit. Mein Kopf fühlt sich wie Sand. Kommt hier echt keiner vorbei? 2-Per-Casino. 22 Meilen. Aber hier ist echt nichts, oder? Nichts. Sehe ich da gerade ein Dingo da drüben? Ich will nicht aufstehen. Guck mal da drüben. Oh, 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 oh. Am besten hier hochklettern auf die Anzeigentafel. Ich will da nicht hin. Anzeigentafel hochklettern. Komm. Ähm, ich will zur Anzeigentafel. Guck mal. Komm hier hoch. Geht nicht. Okay, er haut. Da ist seine Höhle. Was hat er denn da gehabt? Ein totes Tier. Können wir das vielleicht mitnehmen? Essen oder so? Ein Hase. Okay, kann man nicht mitnehmen. Aber ich sollte nicht zu der Dings hingehen, oder? Nee. Oh, das hört echt nicht auf. Guck mal, wie riesig das ist. Und hier kommt kein... Ja, du willst noch weiter nach Süden. Oh, da kommt ein LKW. Oh, lass ihn. Lass ihn gut sein. Oh, lass ihn gut sein. Oh, komm. Komm, schau. Okay. Be cool. Just... See, was er will. Oh, lass ihn nett sein. Lass ihn nett sein. Warte mal, ich gehe erst mal auf der linken Seite. Kann ich nicht. Das ist eine Wand. Okay. Okay. Ein Holzfäller. Ja doch, ich bin doch da. Ich steige ein. Es wird falsch sein. Ja, danke. Halt auf. Lass ihn nett sein. Lass ihn bloß und im Himmelswillen nett sein. Okay, er hat eine Tochter oder so. Oder seine Frau. Nee, das ist ja eher die Tochter. Okay. Sieht erst mal alles... ...nicht schlimm aus. Ich wurde verprügelt. Ja. Ich verstehe. Es passiert sehr viel hier. Hey, Anton. Du bist da? Alles gut? Ja. Was ist das? Oh, der wird überwacht. Also, GPS-Sender. Was gibt denn ein alter Gesetz? Kein Bier trinken. Aber Hauptsache Werbung hier, ne? In der Niemandsland. Du musst dich verraten. Bitte wunsch dich verraten. Warum sagt er sowas? Bitte wunsch dich verraten. Okay, scheinbar funktioniert das. Und er schmeißt uns raus. Okay, danke, Anton. Danke, Anton. Jetzt musst du bloß unseren Bruder filmen. Life is a gamble. Bet on the Lord. Das Leben ist ein Glücksspiel. Wetter auf den Herrn. He is rising. Happy Easter. Oh, 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 oh. Ich glaube, sie halten Daniel für den Herrn. Wollen wir wetten? Weint das Mädchen? Warte mal, ich gucke erst mal kurz hier. Ja. Okay, okay. Wir sind gezwungen, dort rüber zu gehen. Mal gucken, was passiert. Ah, das ist typisch amerikanische Autos hier. Ich gehe erst mal hier rüber. Die Mädchen scheint sich so gut zu gehen, ne? Hier Spielzeugautos. Hier ist ein Spielplatz. Ja, hat er. Dass die weird sind. Hm. Must be more kids here. Huh. Wonder if Daniel made friends. Ich werde hier noch nicht reingehen, aber ich habe das Gefühl, ich sollte hier nicht mit, äh, komplett frontal reingehen. Ich werde hier noch nicht reingehen, aber ich habe das Gefühl, das ist auch nichts Gutes, oder? Wenn die alles abdunkeln. Warte mal. Ich, also bevor ich da reingehe, ich, äh, 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 ich habe ein sehr ungutes Gefühl. Ich habe ein sehr, sehr ungutes Gefühl. Komm ich hier unten runter? Warte mal. Oh ja. Warum kann ich so viel betreten? Warum ist das alles so eingezäunt? Was machen sie hier? Außer, die Kirche zu gehen. Das sieht aus wie ein Camp, ne? So ein Wohncamp oder eine Sekte oder so. Könnte natürlich auch eine Sekte sein. Guck mal, nummerierte Häuser. Ich gehe mal, ähm, ähm, ach, gehe ich den offensichtlichen Weg? Ich gehe mal von hinten ran. Oder kann man hier? Weil, ist alles zu? Alles ist zu hier. Nix. Ich gehe mal den Hintereingang. Äh, keine gute. Und der war schon so creepy. Ist zu. Okay. Du sagst es. Du sagst es. Ich glaube, wir müssen wirklich vorne durch. Oh mein Gott. Guck doch mal, was das hier für eine Entfernung, Distanz ist, ja. Oh, wahrscheinlich auch nicht mal heilen, oder? Äh, äh. Äh, äh. Ja, ja. Ich bin. Aber es ist mein inic. Die Generalität nicht zufrieden. Allein willkommen hier. Den guten Tag, wo du bist, oder wo du bist. In seine Augen, wir alle zusammenhörten. Und, wir haben eine ziemlich gute Handlung nach der Entfernung. Ich wusste es. Oh, bitte nicht. Bitte nicht, Daniel. Bitte nicht, Daniel. Mach keinen Quatsch. Ich habe keine Ahnung, das geht... Ähm, sei vorsichtig. Also, ich vermute ganz stark folgendes Theorie. Also, ist ja gerade frisch rausgekommen, kann ich an der Stelle sagen. Habe ich ja noch gar nichts gesehen von dem Spiel. Theorie. Daniel ist natürlich derjenige, der auserwählte, ne? Das Wunder, das Miracle, das hat sich mit Jacob schon so herauskristallisiert gehabt. Ähm, und das hier ist eine Art Sekte. So wie eine Weltuntergangs-Sekte würde ich nicht sagen. Aber das ist hier so ein Camp. Ich weiß nicht, also das mit dem Block A und Block B und Block C schlafen. Das ist nicht koscher. Lass uns überraschen, es gibt nur Ärger, ich wette. Äh, sieht alles erstmal normal aus. Äh, super. Ich, ich, ich merke es auch gleich. Gut, äh, ich mache aber ein kleines Päuschen, ein Erfrischungspäuschen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Äh, ich glaube nicht. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Firefox. Bis dahin.